Hallo zusammen sind wir wieder in Elton Ring, Shadow of the Earth Tree. Jetzt waren wir doch noch in dieser ruinierten Sternfall-Schmiede. Das habe ich jetzt aber eventuell gar nicht hochgeladen oder geschnitten hochgeladen. Da haben wir ja das Schwert gekriegt, wo wir nicht nehmen können. Uralters mit einem wirklichen Erdsch-Großschwert. Ja, jetzt sind wir noch einmal da raus zu dem Drache, weil ich da noch nicht war und ist mir jetzt wieder der Geister, die Geisterquelle aufgefallen da vorne und habe allerdings auch für die Geisterquelle, das Geisterquellen-Siegel gefunden. So jetzt ist die aktiviert. Ja, irgendwo wurde eine Geisterquelle aktiviert. Und was man auf da sieht, da oben ist ein Kloster, ne? Oder? Kirche oder was? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Warte mal, da ist ein Schleier. Warte mal, was sieht man denn so aus? Kommt das so, dass wir da noch nicht die kommen? Oder ist das jetzt allgemein so? Ne, das ist allgemein so. Okay. Also da über zwei Hängebrücken. Da ist auch noch mal eine Hängebrücke. Da rüber. Oh je, oh je, Freunde, das wird episch. Da unten scheint auch noch ein Topf da zu sein. Könnt das sein. Jetzt würde ich aber gerne gucken. Wenn wir den Geisterquellen-Sprung, ne? Warte mal. Du musst dich vereinzelt entscheiden. Ja, das stimmt. Ähm, da geht es dann doch noch oben, oder was? Komm, wir nehmen mal den Geisterquellen-Sprung. Aber das war noch mal eins irgendwo, wenn ich recht will. Wo wir auch nicht gefunden haben. So. Aha. Ich glaube ein Störschel wieder, ne? Vielleicht der nächste Dungeon. Sehr, da habe ich noch gar keine gesehen. Bis jetzt. Sind wir da jetzt ganz oben, oder was? Das könnte sein, aber dass das ein relativ kleines Gebiet ist. Achtung, da kommt jemand. Miete Stein 4. Achtung, da kommt noch einer. Wo? Wer ist das, ne? Da liegt er. Du sitzt da. Du stehst da. Oje, mein Gott, Herr. So, die kämpfen noch mit dem Drache, du? Die sind aber nicht zu kleid zu kriegen, ne? Aber die kriegen dann scheinbar nicht. Das soll ja nicht so sorgen, ne? Das ist ja wie Schneegebiet. Ein riesen Gipfel, wo die Vögel gegen den riesen Kämpfer... Ne? Das ist ja bloß so... Dieses Schaukampf mehr oder weniger. Wrestling oder so. Aha. Komm, das haben wir eigentlich vielleicht auch schnell durch. Was? Was liegt denn da rum? Tode Vögel. Nehmt sich gegenseitig matagriert. Hallo? Block, alter Moll. Block doch, alter Moll, zwischendurch. Sonst die Blocke, die Waffe blockt doch einiges weg. Da ist ein Weg. Noch einer, guck mal. Wieder eine neunte Stausendruhe, ne? Aber wir brauchen zu viel. Achtung! Ola! Ich kaum die Viecher. Da ist noch mal ein Kreuz, Mikelars Kreuz. Da war also schon bei Aja. Vielleicht wird da so ein Togadog los. Da lässt sich immer ein bisschen was tun. Ein paar Kleinigkeiten. Das kennen wir, ne? Ja, das ist die Festung des Tadels. Tadellos, ne? Ja, das ist, okay, das ist ein Fortschritt. Jetzt nicht gleich, wie das vor so einem Riesegebiet rumhängt, ne? Machen wir das Ufte von der Wette Leuchtfeuer. Oh, ja. Da liegt da noch was rum. Adubaum. Fragment. Genau, da haben wir entzündet. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich mein Auge zurück. Ja, das glaube ich. Das ist eine gute Wahl, gell, Michela? Da hätte ich nicht. Ja, ich weiß, aber... Ich hab's halt auch mal rausgekauen, ne? Ah, jetzt sieht man da über die Kirche, oder was es ist. Schweinchen. Da rennt das Schweinchen rum. Ernst? Ach, ist die Verordnung. Jetzt gucken wir noch da im Waldstück. Das wär' Tag, ne? Das kann schon sein, ja. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. muss ja im grund aber wenn die desto hohe die pflanze des kreuz ja greift ja die genre die nette aus noch so ein schädel also wenn du jetzt nicht irgendwo versteckte hülle mit damit ich sage das war's so ein hülle eingangs war ja gut welchen er sieht nicht so aus und also ich glaube nicht dass du da war mal oder aber nachgeschaut da ist nichts da liegt nichts da war nichts da ist noch ein schädel nehmen mit vielleicht die rune ok also wir haben das kreuz es geht schon mal nur ums kreuz dass man das freischalte dann gehen wir wieder ohne nächste abschnitt wo waren das jetzt langsam aber war noch mal ein geister sprung wurden doppelten wo man freischalte ich weiß aber nicht wo das war so jetzt gucken wir mal war man doch schon nennen wir sind nicht durch starb beim ersten mal das ist wie heißen das ding ohne das weiß man ok wo ihnen von maus ja gut das war wieder so eine ziege gewesen wo ihnen von maus ab das sind also das sind hunde oder ich habe schon gemäß wenn sie wo ich gerade das ganze ding geisterhunde gespenstische durchsachen topf träger und haben her holt oder was er hätte ich da hätte ich nie da gemützelt jetzt noch ein horn her holt warum freunde das ist aber ganz schön heftig so die sind sowieso nicht so einfach da ist der asche ok da muss man nicht viel rum machen das wird wahrscheinlich auch nur mit einer horn her holt alles gepflastert sei gab nicht dass du was obwohl das sieht man verdächtig nach untergrund aus betet noch ein bisschen oder muss das vorne das haben wir auch noch nicht da ist noch mal ein kreuz und ein leuchtfeuer da war ein berittener und seltener mit keule ja jetzt haben wir nicht entdeckt ne das war das war gnade berühren das auto steht jemand kreuz berühren hier lasse ich das fleisch meines körpers erstmal das loot hole da wer ist es da oder was so mal raste besser ist es kommt so genau so kann man nichts machen nicht genug auch mal drei stück was drei hallo helle das war der schweigsame der schweigsame reißende gut ja ich konnte nicht zwingen wenn er nicht will mit dem usern oder genommen der meditiert ich weiß nicht ob da jeder meditiert wo du dort immer durchgeritten jetzt bist du aber die karte müsste es doch du ja ruinen von morse gezeichnet sei aha erlaubt dann dann begeben wir uns dann werde ich sagen wo wohin es macht da war irgendwo ein weg nach unten dann haben wir mal jetzt könnte es kommt im gebiet klären ich mache gar nichts darüber soll ich mich dann muss jetzt bloß den eugang pinnato irgendwo in der nähe von dem pilz so war der weise mit steinen wieder ich gucke jetzt gerade noch mal durch ob da noch was interessantes interessantes liegt nicht so aus ruinen von morse und da runter war der war das jetzt dobelig blut noch ach schattenreich ohne ja das war noch pilz pilz gegen wo geht es in der reue müssen wir dort durchs haus ne da kommen wir da gehen wir jetzt mal da liegt auch noch loot ein stück fahre absteiger blocker noch ein hund ok ich glaube als das geht gar nicht weit das ist doch schon fertig oder naja das läuft noch weiter das gibt es noch weiter ja er ist schon wieder gemurmel wird bestimmt rieter abgehalten naja und da runter gehst du es wieder aus ne u zwerich stunge oje da ist auch wieder fertig ne komm mal gehen er schon mal auf der anderen zeit gucken bei meinem glück ist es immer so dass ich dann der falsche weg raus so wäre es dann irgendwie ende gelände ja genau er sieht nicht nur so aus ist also goldenes horn was macht das wieder kriegst mehr irgendwas mehr am meer zum beispiel mehr bis kriegst mehr 99.000 jahre freistellen wenn man da jetzt ein händler findet das wäre nicht schlecht im hauptspiel gab es nur so eine truhe die schon geöffnet was ist das leuten gegner zu sagen so ein horn her holt ne da läuft gerade da ist steht aufrecht oder gute leid mensch nochmal ein sprungergriff das ist zu weit ein zweit das war die rüsseltirsche die haben wir schon mal gesehen die rüsseler wird die rüsseler genannt goldene bögen magie brauche ich es nicht ich gucke da jetzt nicht ich hab ganz innen einmal die rüsseltirschen sind das die kleinen sie hätte aber noch gemurmelt schon weg oder über der balkon so geschlossen da kommst du mir raus achten achtung ja was bestimmt einer hat sich verloren gestärzt hat sich das b gebrochen schatten sonnenblumen aha und kann jetzt nicht mehr raus und mehr retten denn jetzt ne wir retten denn ja klar da ist leider dann können wir wieder raus ja wo ist denn der jetzt da hätten wir jetzt nichts mehr da muss da vorne hocken aber der jetzt übersehe oder was das ist schon irgendwo liegt da vielleicht unter steuern begraben erdrutsch gab es ein erdrutsch oder was war das der das konnte leider leben nämlich er schritt da doch schüttel und sei dass der das war da war der aber freiwillig stöne ist dann nicht irgendwie da hat vielleicht pilze gesucht ohne das ist ein brunnen da kommen wir wahrscheinlich wieder in der dorf mit raus die scheiße was ist denn so los so tief war das garne das ist ein chance der das ist kein chance boni von boni dem bunny warte mal das haben wir auf der anderen seite geld da über haben wir das gesehen oder mit der hängebrücke Bonidorf, oh je. Oh, ich konnte die Mimik rufen, das ist Bonidorf ist belebt. Mit was? Wahrscheinlich mit Tüpfen. Du hast ihn mal rausgeklettert, ne? Könnte mal wieder reuklettern. Ja, du kommst aber nicht mehr raus. Denkt dran. Bonidorf, Bonidorf. So. Warte, Boni Schädel. Das ist ein Verschwinder, fremd sich aber überall rum her. Hast du Licht überhaupt? Düstere Musik, ja, aber... ...kenn Boni zu sehen, ne? Was ist denn das jetzt? Kann man nicht mitnehmen. Komisch, ne? So stehen sie wieder, die Jungs. Die Kleinen sollen dich ablenken, ne? Bisschen. Wir haben gar nicht die ganze Hütte fertiggestellt. Ich denke, die meisten sind weggezogen in die Stadt, ne? Was hast du keine Arbeit gefunden? Das ist auch in der Brücke. Ach du Scheiße, Freunde. Bonidorf. War ich wieder so langsam. Was ist das? Das ist aber kein Boni, oder? Ah, die sind auch von da unten. Das ist... Die Waffe kenne ich. War das nicht die Waffe von Anneliese? 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 Ah, da war doch eine Invaderin. Die sind nicht Anneliese? Ne, ich glaube nicht. Anneliese? Anneliese? Ach, nett. Anastasia? Anastasia kennt die. Großer Herrscher? Ist das? Scheiße, Freunde. Ja, ich weiß nicht. Entweder ist mein Controller kaputt, oder ich bin einfach zu blöd dazu. Großer Herrscher, da stehe da. Ajo. Von Anastasia. Von Anastasia. Von Anastasia. Das wird von Anastasia. Das wird von Anastasia. Ich mach das scharf. Wird Anastasia alte angemacht. Oder war das ein anderer? Ja, dann schau mal, du Idiot. Ich muss ran an das Ding. Ja, komm. Bist du da... Ne, bist du da... Das ist genau die richtige Waffe. Bis du dich scharf gemacht hast. Dann haben die anderen dich schon... ...beerdischt. Ich hab Freunde weg. Ja, ich muss da durch. Die siehst du kaum, oder? Die Deppen. Drabbeln die Rune, ja. Boah, gut. Das werden immer mehr, oder? Jeder Schlag ein Treffer. Wurde hoch, oder? Mit blanken Fäuste. Okay. Haben die gekämpft. Faustkämpfer. Wasch echte Faustkämpfer. Und der war über der heute, das war das Dorf geherrscht. Der Herrscher, der Große. Der Herrscher, 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 der Herrscher. Interessant, ne? Kriegst du halt auch da unten zusammen, oder? Ja. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich da alles... Oha. Da komm. Da war's noch nicht. Nein, nein. Das ist alles voll mit Loot. Die Hütte sind die begehbar. Die Toilettenhäuser sind ja nicht. Komm, wir gehen mal runter. Da wird doch jetzt nochmal ein Herrscher. Kommt die Herrscherin vielleicht? Ja, möglichst alles. Auch Hunde. Und gleich wieder weggesprungen. Ja, dann haben wir. Nicht rollen, warum, ne? Wink. Das hat dreimal Loot. Menschenklochensplitter, okay. Scherberlebendes Gefäß. Scherberlebendes Gefäß. Aha. Und wo geht's doch hier? Bezahnungspferl. Oh. Ein großer Hund. Ja. War ein großer Hund. Ich hab da bloß in dem Augewinkel noch Loot gesehen. Hätte ich ihn aber wirklich schwer zu entdecken. Da muss ich ehrlich sagen. Das Boss, he? Wo? Ah, noch eine Geisterarsche. Ah, es wird sich gelohnt, um reinzuschauen, ne? Da geht's ja aber nicht hin und aus, oder? Manchmal ist da alles andere versteckt die Wand. Ah, ah. Ah, ah. Das 70.000 Ruhne, dann können wir schon wieder aufsteuchen. Hello? Ja. Noch ein Hund. Ja. Noch ein Hund. Ja. Da ist noch ein Herrscher. Da ist aber Gräser wieder. Na ja, das ist der große Herrscher. Reicht, ne? Ja, gut. Da muss man jetzt auch nicht jeden von dem Holz kippen. Oder raus. Und gucken, wo wir da über die Hängebrücke kommen. Du warst da eben gerade da. Oh, ich muss auf die andere Seite. Scheiße, ja. Vielleicht liegt da noch was da, was, was weiß ich. Ziel strebe ich über die Brücke, achtung man die euch, als ob ich das da bist, dann ist die Mitte, ist feier ohne. Jöö. Aha, aber ich muss gucken, wo wir mal hin. Es scheint aber, er... das ende zu sein dann kommt der leid kopionen aus dem schloss in der ein stück oder was nicht weh mal drei die ziehen sich zurück warten wir nicht lange kommt gleich wieder weg der annakum und er ist gräser bringen wir nun nach dreck 4 hat er ist noch einer ist er doch unter gesprungen ja warum 140 stand gegeben hat nicht so viel noch einer war noch ein junger die zielgenauigkeit nicht so groß ok ja weiter geht doch noch ein dungeon ja klar irgendwas irgendwas musik um was waren das was so gelegen und weiss spiel zwei spiel also wohl nur gespannt was das ist wo wir sind jetzt hier ja das kreuz das ist oben drüber wir waren der ober drüber und jetzt immer da ohne ohne drunter ja das ist richtig richtiger kommen da von boni schreibt mir das mal ohne hvb sie ist das weder ich morgen nicht mehr das konnte ich aber sicher ok mensch war ja wenn wir jetzt weitergehen entweder machen wir einen cut ich machen kann 30 minuten ungefähr auf der uhr ist vielleicht nicht schlicht und steigen doch wieder einmal weitergehen ok machte bis denn denn i Untertitelung des ZDF, 2020